Sieht das komisch aus? Hiii! Herzlich Willkommen zu einem neuen Video zu Zelda Link's Awakening HD. Ich hoffe euch geht es gut, mir geht es sehr gut. Wie geht es dir David? Mir geht es auch sehr gut, aber es hat das HD eigentlich nie einen Namen. Doch, auch. Es ist HD. Es ist HD. Ja, aber es heißt nicht HD. Lass doch seltsam wegnehmen. Sogar hier ist auch kein HD drin im Namen. Aber trotzdem, es ist HD. Es ist HD, aber es ist typisch. Das ist so, wie du sagen würdest, Zelda Breath of the Wild HD. Genug diskutiert. Auf jeden Fall, was haben wir letztes Mal gemacht? Wir waren in dem Tempel und haben die Schwimmflossen bekommen in dem Tempel. Deswegen können wir jetzt schwimmen. Da sagst du was. Da steigen wir mit dir klein. Man kann sogar tauchen. Keine Ahnung, was da drin ist. Schauen wir mal. Ich finde ich irgendwas cooles. Ein Fisch. Ich bin Mann, boh. Kind ist so ein Fisch. Hast du eine Ocarina gefunden? Jawoll. Oh, geil. Oh, wir hatten noch einen Song. Ja, geil. Let's go. Das war ein 1a Song. Du hast Mambo, Mambo, Mambo gelernt. Spiel ihn, wenn du aus dem Wasser kommst. Was nützt es? Spielst du mein Mambo, kannst du zu einem dem Teleport auf der Insel reisen. Das ist aber over cheated. Hallo. Ja, ich bin nicht. Wie ist es? Danke. Meeren. Ehren. Mann. Meerenfisch. Ich glaube schon, ist für uns etwas mit dem Trinken. wenn ich mir lehrt dann ist auch ne zwar nicht was ich mal weiße vor dem part aber ich bin dumm aber der weg ist es in dem part aber ihr kennt ja nix anderes von mir oder kann man durch was ist das was ist das ich kann mit dem nicht sprechen aber der folgt mir komme ich überhaupt jetzt wieder raus aus dem wasser ich will nicht hier ich will nicht ertrinken hey was ist das denn keine ahnung kann ich nicht das haus bringt mich das haus an der bucht welche bucht bucht diese bucht willst du dorthin mein geist könnte uns tritt das ist ein herzteil jetzt habe ich gerade eben gesehen da müssen wir wieder außen rum gehen das ist ja sehr spaßig ja noch einmal da auf einmal so ein geist und du möchtest ihr an die bucht in die bucht keine ahnung so was ist jetzt an nein nicht das da ich sehe jetzt ich mach zweimal den gleichen fehler dummheit muss bestraft werden und das können wir jetzt so haben wenn man das spielt dann kann man sie echt teleportieren lassen das ist echt mit schüttelt das ist echt ein bisschen mit schüttelt schon mal du hast es auch dieses bieten als nicht mehr wenn er gemischt und das kippen überhaupt wird dann läuft ist es mit die armen Zuschauer wenn die an nichts ich bin hier geschwommen als mir eine Welle meine Perlenkette vom Hals gerissen hat wenn sie für eine schenke ich dir eine Schuppe von mir Nierer und müssen zu befinden es ist in den en ich bin es auf einmal doch kommen das bin aber es wird man kann sein dass es nicht viel Lauer warum gehen er ist ich bin auf einmal so und zu der Brücke lang ich dachte könnte ich durch mich dann so fangen wir das da mohaha mach ich dir Angst ich will ihm Angst machen es hat keinen Wert dieser Fisch ist mit dem Angelhaken aufgefahren seitdem halte ich die Schnur ins Wasser aber keiner weiß mehr könnte es sein dass ich ohne schlau schon schlau vielleicht sollten wir ihm so einen Angelhaken geben das wäre natürlich ne Idee aber du bist doch jetzt hier zuhause Geist was ich glaube das ist ein Tempel da würde ich gerne noch rein oh das ist ein Herz 3 2 2 2 2 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 6 6 gefunden nur noch ein herzen markt verwendet mit dem neuen kraften keine ahnung wo ich diesen geist herzen bringen soll vielleicht in dieses verlassene haus ist dort irgendwo so an der bucht war es gab hier einst nicht weit wo was ist das da ich meine dieses haus dort recht ihrs haus das war so verlassen war niemand schau mal dort hin da perfekt die co da ist nul hier gehe ich hinein mein haus das ist vor dem haus ist echt krass da waren wir auch schon mal das stimmt irgendwas sagst du uns ach ja wie früher nostalgie sie ist aber nicht glücklich aus ich glaube keine ahnung ob sie ist sind gespenst das ding das ding ist nicht glücklich das ding wird von mir das ding ist genug friedhof bringe ich mein grab erst mal noch ein bisschen bei den davor zuhause kaputt machen es gab doch ein grab nicht weiter von das so alleine stand da eventuell eventuell warte solange wir nicht schon hier sind kann ich gleich zu ihr gehen aber ganz gross ู่ außer 28 jajaja bla 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 kla parler eine wir müssen gerade gemütlicher hinzusetzen was anderes ist der ganz die Möglichkeit hier nicht zu einigemal dieses Grab da keine Ahnung ich könnte sie die ihr das Grab steht einfach nur hier rum endlich happy danke mein Schatz für dich nutze ihn tschüss nutze ihn warum sollte ich ihn nutzen du hast die Feenfläche erhalten sie scheinen groß genug für eine Feen zu sein du kannst ihn in den Feen einpacken aber was ist denn noch die Eule wieder endlich da bist du wieder um in das große Fischmaul zu gelangen musst du an eine Stelle der Zwergenbucht tauchen du kommst dem Windfisch immer näher die Zeit des Erwachen ist nicht mehr fern das ist der nächste Tempel ist dann der Fischmaul oder keine Ahnung wie er heißt es wollte ich mag diesen Namen Fischmaul 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 was ist das da schau mal da sind wir gleich Fischmaul keine Ahnung was bis jetzt muss man vielleicht der Tronte gehen hoch hoch mit dir so einfach ist es so einfach so einfach ja so einfach kann Leben sein und da haben wir den nächsten Tempel aber wie es in dem Tempel aussieht das sieht die erst aber leider im nächsten Part wieso danke ne weil die einfach nicht den Part sehen ich möchte dass die den Tempel ganz sehen in einem Part so das ist am besten so ich hoffe es wird gefallen wir sehen uns nächstes Mal ihr habt es gehört ciao 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 ciao